ja leute wir sind hier ich bin weiter und so und dann ja 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 und wir haben jetzt so gesagt in raum entführt und wir wollten mal ein netz mehr machen er soll abschließen okay wir werden dann die fahrzeuge er hat doch nein riesen bis krisen bis krisen kreik jedoch hier muss darauf ach so wirklich das schaffe ich das so ein bisschen schwer ich habe es geschafft ich glaube so wird es auch schaffen so jetzt sind wir hier drin ach ich muss ja wir müssen ein bisschen reden dann sind wir zu das neue Gorn oder Koffe ich mache euch nur spitze Effekte und so Ups Spülsere Koffi haben Der ist ja leise Oh ich kann da hin da rein Ähm die Zweite ne also jetzt noch zwei Ja Auch wie natürlich Das sie Äh da muss es nie hier sein Okay oder vielleicht wo die Piranien gerade war Ah okay doch nicht Du hast recht Recht ich glaube das ist der richtige Weg aber wir können ja Da war ich Nein Nein Weiß nicht Ich glaube hier geht es so richtig ne Aber ich gucke trotzdem mal Was ist das für ein Level Nichts anpassen Du hast auch einfach so machen können das weißt du oder Ach ja Gott sonst noch Sie sind immer noch bei der ersten Ja hier doch gerade einfach Achso Erst jetzt Wir haben eine spezielle Fekte Ja wenn du mal wüsstest wo es gerade gleich schwierig wird Hier Ich würde so lachen müssen bei dir Sprich jetzt genau jetzt genau jetzt Genau jetzt jetzt erstes Guck da Nicht ähm Wie ist das glücklich Warum nicht Was auch Man hat sie durch Sie durch Ja Gibt was auch Wieso sagt mir das Keiner Ich hab doch gesehen wo ich gerade gestorben bin Ich hab das Oh Mann Ey Das hab euch doch so schockiert Achso ich war gerade soweit wie du Nein Ich war ne andere Wurde Ich hab kein Oh shit Okay Scheiße Ich weiß es geht denn nicht einfach so ähm Wollte ich mich kriegen Ich glaube Was Nein 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 mach ich noch Soll ich das einfach machen das ist easy Hä Nehm ich es noch Soll ich es machen Warte ich schon drauf Wieso nicht Wieso nicht Wenn man einfach raus springt dran Guck Soll ich echt nicht machen Gib ihnen das mal Okay Das geschafft Das kannst du das benutzen Wartet Du musst jetzt wieder schließen Es geht weiter Leute Wie ist der Kurschauer Hör auf damit Wenn sie die Pappe ansehen Warte Warte Darf ich den gleichen Weg Räucherstiefchen Der Was ich scheiße muss Einfach noch zu holen Ja Rede Warum ihr nicht Was ist denn du Du musst du Was ist jetzt Soundeffekte Was Robobobobobobob Wieso muss jetzt Hör Gimbal Geh mal rein. Okay. Geh mal da rein, in die Ruhe. Wieso? Ja okay, dann ist es doch die Idee. Komm mal da rein. Ist das drin? Komm mal hierher. Ach ja, stimmt. Bleib da oben. Er oder... Ja. Ja okay, komm. Geh mal rein. Nee, versuch mal rein zu gehen. Ah nein, okay, okay. Waaargh! Du musst mich auch einfach so kurz zurückbracht. Sorry, du weißt, da war ne Lücke. Da könnte man hoch. Ja? Ja? Ja, das ist aber nicht. Egal. Aber ich versuch´s auch mal gleich, wenn man da hoch kommt. pink, 여�.... Da willst du wieder dieses.... Schwung! Jetzt musst du rechnen! Achso! Ja! Ey, langsam reicht jetzt! Ich hab Lust! Ich trage nach vorne! Ja! Guck mal, hast du mit Glück geschafft! Ist so! Weißt du was? Warte! Dann sagt er ja, das ist richtig einfach und so! Ja, okay! Wann sei... Jetzt! Mann! Das nervt! Ich will hier jemand von den Stöpfen vor allem die Bande bekommen. Mann! Wann wollen wir da nur stehen bleiben? Ja! 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 Komm mal jetzt! Jetzt spiel ich so, okay! Bam! Bam! Da komm ich hoch! Leider! Dann komm schon! Was ist zu da? Frühstück! 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 Ich hab' ich auch nicht gehört! Ich hab' ich auch nicht gehört! Erstmal mal das Ende des Level hier zu Hause bekommen! Ach, da komm' wir hoch! Ja! Aber! Ich hab' ich versuch'n da reinzugehen! Ich hab' ich versuch'n da reinzugehen! Ich hab' ich versuch'n da reinzugehen! Ich werd' nicht so rumfotzen! Ich werd' nicht so rumfotzen! Zu knapp! Wir sind nicht mal bei der Hälfte! Was? Äh... Wie hat' die Mütze da vergessen? Warte mal! Soll ich bitte hier hin und auch? Irgendwie denke ich, ich kann davon da hochschwungen mal! Ach, da! Das wär' Schalter! Kannst du den Globo hoch! Töte den mal! Der lernt! Das geht, das geht! Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht! Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht! Ja, ist das vielleicht ja nicht hoch? Ja, kann ich nicht, kann ich nicht mehr! Daniel, such's mal! Das geht nicht! Geht nicht! Ja! Ich nehm's zurück! Ich nehm's zurück! Ich nehm's zurück, aber wie geht's zurück? Du gehst ein Block, stimmt! Du mitgekrieg! Glock, warte! Warte! Mal starten! Okay, weiter geht's! Ich kann sogar mit einer Hand spielen! Ich muss es wieder hören, weil ich vorhin gesagt habe! Warte, ich vorhin gesagt habe! Warte, wirst du nicht sagen, was passiert ist! Nein! Geht dann nicht! Soll ich sagen? Aber glaubt ihr nicht, er ist gerade in den Rausch waren, vom Essen! Ich hab's nicht gesagt! Ja! Ja! Alle, du bist mein Zeugel? Ja! Okay! Ähm, er hat gefällt, dann hat er weggemacht und dann wird aufgenommen, wir grad… Komm nicht! weiter weiter, 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 weiter. Einfach drücken. Wir eben. Kann uns eben. Ja, und wenn du da oben geladen bist, dann versuch nicht. Du bist doch zehn. Ja, ja, okay. Okay. Wer wusste, dieser Portemonnaie? Immer noch nicht. Hier. Yeah! Gautoskills. Gautoskills. Was? Schick mal mit der Musik. Nein, versuch's nicht. Du bist doch gut dran. Ich muss andere Dinge machen. Wir sind schafft. Auch so drei Münzen. Yay. Wir haben so lange gebraucht für dieses eine Level. Was wir sind. Also ihr eigentlich genau gesagt. Ja, du. Was? Was? Er ist ein Pommes-Mann. Sag das abschließend. Folgen, folgen. Stimme. Oh. Ich spiel trotzdem. Ich spiel trotzdem. Ich spiel trotzdem. Mach doch unser ganzes Leben. Weiß im Maul. Ihr seid doch so oft gestorben, als ich nicht da war. Aber ich bin jedes Mal verarscht. Wer hat hier hier gerade sechs nehmen verdient? Weiß ich nicht. Nein, 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 nein. War im Großraum. Ja. Kann er nicht mehr. Doch kann ich. Doch. Muss ich das machen? Nee, ich habe immer eine Methode und Wilger. Es gibt immer Methoden. Es gibt immer Methoden, die ich kenne. Bier. Ach nee. Jetzt hast du es wieder gut gemacht. Wo ist es? 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 Man kann doch gleich von da aus. Guck doch. Ach so, ja. Da habe ich mir gerade den langen Weg genommen. Ich glaube, wie der könnte man. Warte. Ja. Ja, könnte man. Hat man schon bewiesen. Ähm. Was ist denn denn? Da kann man auch, glaube ich, runter, ne? Hä? Kann man runter, ja. Ja. Oh, 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 oh. Rolltreppen. Oh, 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 oh. Hat der gerade? Ja, hat der. Ach so. Ey, das ist sehr schön. Mann, ey, das ist eine Krabbel. Du meinst hat Augen. Wie ist eine Krabbel? Oh, ja. Guck die Bilder. Was ist das gerade rein? Oh, ich weiß, das war so. Na, das ist kein Sehfett. Das ist echt so. Ey, das hat ein Auge. Das hat kein Auge. Das hat kein Auge mal. Guck mal. Ja, ihr seht das Auge, aber das ist trotzdem kein Sehfett, weil das ein Auge hat. Kram haben auch Augen. Ja, aber auf einer Seite nur. Ja. Auf deren Scheren. Okay, missgebildetisch. Das ist ein Sehfett hier. Das ist ein Sehfett hier. Das ist ein Sehfett hier. Kommt ja so verdammte Sehfett. Nein! Jetzt muss ich wieder alles holen. Nein. Ich würde es in einem Geschaffen von 3 Mal. Ich weiß, wir sind ein Sehfett. Weil das gefällt. Feuer spielt man nicht. Ja, muss die. Mach ich doch gerne. Was? Was? Ich bin sogar mit und habe ich immer mehr so verendet. So. Ich bin mir tierverstanden. Ich bin sogar mit. Was? Mit. 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 So leicht. Bin ich hier gestorben? Nein. Oh. Ja, ich muss mal die zweite Mütze gucken. Oh, die Treppe. Jetzt pass' ich auf dich auf. Hä, das tritt ihr so andersrum, oder? Nein. Warte mal. Kannst du eine Ecke getroffen, wenn du dich duchst? Nein. Nein, was musst du dir geben? Egal, wenigstens bin ich noch groß. Nicht Blumenholen, ne? Ja, schon eine kleine Mütze. Die Klasche. Äh, hier. Das war so ein Stückchen. Warte, 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 nein. Warte, 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 nein. Was? Ach so. Habt ihr so schnell alles aufgegessen? Hä? Nö. So war ich schon mal. So. Komm, hast du eigentlich Zirpen gegessen hast? Nein, du. Oh, mir ist die Mütze ... Holl-un. Oben müsste es sein. Nein, hier noch runter. Nein, hier noch runter. Nichts runter, aber ich mache ... Ich entscheide hier. Ich spiele ... Du bist befreund. Nee, doch oben war mit. Obwohl, kriegst du auch ... Das war ja nicht. Oder ich nur was noch ein geheimnis an. Äh, das war ja. Ne, das war ja nicht. 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 Du bist ein bisschen. jetzt wird ein Pilz dann zu krumm sie waren hektisch weiter stecken es gab am besten da ist der Folge fressen jetzt können die Profesoläten aufnehmen ich bin schon fertig ich weiß aber trotzdem geht es gleich Händewaschen ja lass uns mal weiter aufnehmen ja machen wir auch ich war schon mal mein Händewaschen nein warum warte warte wie wird sie jetzt durchgehen ja wie wird sie jetzt durchgehen wie wird sie jetzt durchgehen ohne mich hier zu bewegen Profesoläten Rätsel ach so ich baue auf dir eine Bazooka das war jetzt bezogen als er aus dem Münster der Maschine gemacht hat also Spielautomaten oder was oder was oder so Maschinengewehr noch schlimmer ach so ich habe ich habe es nicht Maschinengewehr was ist das ach so sie können sie machen nehmen ja ich bin aber irgendwie leiter kommt nicht weiter in seinem Leben guck da ist mir er ist mir erst mal immer dann gefangen wie gesagt ein schmalen Eckgitter da kann ich weiter kann ich was machen die zwischen so werden 8 was machen die was machen die was machen die was machen die Gegner in der Welt 8 was du bist ja drauf ich bin ja wow lass 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 ich habe das annehmen das war was machen die Leute jetzt in der Welt die kleinen Bösenwächte Karten spielen ja und machst du Bowser Bowser Peachbow-Button beim Karten was was für ein Vorlieb hat dich ich nicht Bowser Ich kann ja sagen Air und Sand chat moonwalk wo ich kenne ächste die nicht treffen tsch shhh shhh shhhh shhhh shhhhhh 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 shhhh shhhhhhhh shhhh sheh kuh juhis shhhhhh shh motivation kommt das nicht so das war der papa muss was da oben die blume ich habe es auch nicht richtig was ist wo ist die stadt hat sie von der rechte oder war das stadt da war ganz klar die ganze Sippe kommt jetzt hier und ja ich hatte er war ein Buchstattel da 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 unten ja auch im Fließband ich bin und gehen sie Kukur zu Kukur da ja habe ich doch gemerkt wie es blau man ist dass sie nach der ja es hat gesehen also wie wohl noch auch noch richtige ja nicht richtige nein nicht richtiger gebe ich dir auch recht so meint ich jetzt ernst seht ihr leute wenn er gegessen hat ist er nicht nett weil ich bin jetzt geht es gehen die komischen wege ich will ich nicht also für mich auch hier und ich glaube ich kann es wissen was er ist ich weiß dass er über die Karte hier so was wir wollen zahnarzt das ist ein Tuch also Heiztuch die Erschung und er ist Intelligenz geworden nein Hände waschen Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Ich liebe ihn. Ich bin kommend. Ja, er ist tot. Ist echt eine Maske? Ja, so sei halt, heißt du. Ja, ich hab's doch, weil so böse aussieht. Nimm das auch mal ab. Obwohl eine Wand ist. Weiß man, endlich kann ich dieses Leben nichts machen. Ey, guck mal, ey, die hätten das echt sparen können, oder? Na, aber die wollen alles sehen, dass du schaust wie noch nicht. Guck mal, das war Abstand, das ist ein Boss. Speichern, ja. Du kannst erst, wenn du da bist. Oh man. Das wollte du dann machen. Ich hab's doch gelegen gemacht. Ja, so. Nach unten, nach oben? Geh lieber nach oben. Aber du hast einen Vorteil wegen, ähm, Bier. Töte die. Ja, und das Wasser, der will ich immer vor dir. Ich hasse Wasser, der. Ja, aber wegen, ich hasse Wasser. Ich auch. Oh, oh, so leicht. Das war ganz simpel zu machen. Wo schwärmer? Ich muss sich vor konzentrieren und nicht zu tiefgrat. Vielleicht ist er hier, ähm, hier, ähm, Klanze, die hochgratet. Oh, oh, junglich, was ist das? Es hält mich, warte an, welche Spiele hättet mich das? Oh, Crash Bandicoot. Bei Crash Bandicoot sieht das auch so ähnlich aus, das Wasser. Ja, ja, ja. Hältst ja nicht. Ich glaub, das ist ja nicht. Ich glaub, das ist ja auch wirklich schon alle Teile von, äh, außer mit den Teilens. Ich glaub, ich spiele das irgendwann mal verspende. Das ist ja auch heftig. Ja. Ja, da würdet ihr gerne mitmachen, oder? Welches gut? Und so. Und so. Ich glaub, das werde ich auch demnächst. So, das dauert aber noch bis ich meine ganze Zeit. Ja, ich hab alle drei, alle drei Teile so gut. Okay, der erste war nur dumm. Eben, ja. Ähm, ähm, tendo. So. Ich sag, ich mag die zweiten Glück am meisten. Muss schnell drücken. Ich, ich, ich tu mir leid, dieses Wissen. Tu mir leid, die Wahlkommt zu spät. Mega. Ihr Glück. Nee, das ist kacke. Kann man damit spielen? Warte mal. Angelob ist ein bisschen komisch. Ich kann irgendwie damit besser spielen. Marco. Nimmst du es? Nein. das ist immer bitte du an der Hälfte und gespürzt wirklich nein von der Seite das finde ich hier reingehen ich dachte jetzt wirklich nicht zerstören perfektion ist wie perfekt scheiße meine lippe tut da nicht weil ich gehe okay die menschen sind schon irgendwie also vom aussehen her sehen die merkwürdig aus aber ich werde die akzeptieren ist kein problem er war eine coole aber er war ein arschloch das ist ein spiel hier das war irgendwie zu unlogisch das ist schon unlogisch aber unter wasser feuer bälle machen kann aber er stimmt ich wusste das wieso kommt zweimal ja guck das spiel verleitet wollte ich die rassistische sein gegen andere fische ist doch so sie können die fische und durch die wände gehen die richtige geister fische das alles gemacht nur wegen der zweiten münze durch die wände seite geister fische ich habe heute echt ein professionell weil es nur zwei kapitel sind ja mit den zehn haben schon angefangen oder also wir sind hier schon fast am ende wartet